Yo Leute und damit Willkommen zu Sparks Challenge. Seit langem sind wir auch wieder da mit dem Flash. Ja. 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 Wie lange war das hier? 19 Tage eigentlich? 19 Tage genau. Ähm Centos. Ich weiß nicht wo ich hinlaufen muss. Keine Ahnung. Ich glaube ich hätte mir die letzte Aufnahme angucken sollen. So oder die Koordinaten aufschreiben. Ja. Minimal ja. Was habe ich denn beim letzten Mal? Ach ja ich habe beim letzten Mal ja hier rum gefarmt. Farm, farm, farm. Ich gehe mal wieder zurück. Weil ich auch EP kriege. Oder? Ach komm. Ach und dass ich Diamanten finde. Ja stimmt ja. Ja. Weil ich nochmal verzaubern muss. Weil ich doch schon mal bedingt andere Verzauberungen brauche. Irgendwie sowas war das. Weil du ja so ein super Schwert hattest. Ja. Mit Schärfe und Rückstoß. Ja. Auf ihnchen. Das ist zu mies wenn du es gar nicht mehr weißt. Schlimm ist ich weiß nicht wo ich hin muss. Warum ist man eine FPS so weit unten? Ähm. Hey wieso ist Sichtweise denn auch extrem? Ich habe das nicht so eingestellt. Doch musst du ja. Ich habe das schon mal gehabt bis das falsch eingestellt war. Ich weiß es nicht. Ja du weißt gar nichts. Du hast keine Ahnung. Echt. Nein. Habe ich auch nicht. Du bist doof. Nein. Doch. Mu. Ich bin Mu. Mu die Kuh. Ja. Du bist Mu das Schwein. Du bist Mu das Schwein. Ne? Doch. Ich bin... Warte mal da ist ein Dorf. Ich glaube meine Erinnerungen kommen immer wieder. Oh ist das laut. Du bist ein Power Ranger. Flash der Ranger. So langsam kommen meine Erinnerungen wieder. Ach du. Du kannst dich doch nie erinnern. Ne. Kann ich auch nicht. Ja. Sag ich doch. Ich wäre froh wenn ich jetzt gleich weiß wo ich wirklich hinlaufen muss. Ja. Entweder sollte man sich die Koordinaten ausschreiben oder sonst wird das Video vorne hoch. Oh nein. Ich habe meinen Hund geschlagen. Aha. Nein. Wir sollen jetzt vergleichen. Hund komm her. Mach da aber leider nicht. Doch. Ne. Backe ich hier eben fest. Nein. Es sieht auch noch dunkel. Ja. Jippa. Geil. Na auf jeden Fall cool. Oh ich habe einen Esel gefunden. Der könnte ähnlich sein mit dir. Ne. Wieso findest du immer dich? Du hast dich doch geklont. Nö. Du hast dich gekreuzt. Du hast DNA von dir genommen und einen Esel gekreuzt. Er ist aber nur ein Teil meiner DNA. Ja. Das ist ja nicht alles. Trotzdem. Komm her. Du kriegst ein gelbes Halbsband. Flash. 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 Es wird dunkel. 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 Yunkel. Dunkel. 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 mitnehmen und mir einen Weg machen. Meinst du? Oder die haben wir die Koordinaten mehr. Nein, das kann ich nicht. Oh Mann, ey. Was denn? Das ist blöd. Oder ich hätte mir die letzte Aufnahme angucken sollen, in welche Richtung ich tatsächlich gelaufen bin. Genau, verreckt mal. Ob es deine Aufnahme erstmal weiß? Erst essen? Ach nee, erst furzen, dann rülpsen, dann essen und jetzt noch reinhusten. Rülpsen meinst du? Nee. Du hast das andere auch schon gemacht. Nee. Ich nicht, das hast du. Nee. Ich habe noch nicht genießt in der Aufnahme. Na genießt habe ich schon. Und? Ja, super Nieser. Würde dich voll erschrocken, ganz wahrscheinlich. Ja. Boah, ich muss den ganzen Scheiß jetzt mal loswerden. Pilz-Biom? Pilz-Biom, 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 Pilz-Biom. Lechter Pilz, Pilz-Kopf. Boah. Kannst du weg wie eine ganze Zeit? Stein, echt. Echt jetzt. Ich glaube, du hast gelitten. Wieso, du hast gelitten? Ja, das stimmt. Muu, muu, muu. Mach vielleicht die dumme Kuh. Nein. Doch. Ne, will ich aber nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Schade. Ich will mein Haus finden. Ach, das suchst du. Ja, das oder wenigstens. Ich habe ja... Oder wenigstens ein Portal davon. Ach, du bist so schlecht, ehrlich. Das kommt davon, weil wir nicht so lange aufgenommen haben, ja. Ne, nicht. Oh, komm, hier liegen Erfahrungspunkte. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Wohl, dass du die Koordinaten merken. Okay, hast ausnahmsweise recht. Diamanten gefahren, eben. Uh, Diamanten. Da sind noch mehr. Weil du wieder nur am rumcheaten bist. Ja. Hier, der Schietbefehl. Slash. 0, 5, 6, ne, 7, 8, 6, 9, 3, 0, 5, 7, 8, 9, Enter. Du sollst mir nicht dein Seat sagen. Nö, das ist auch gar nicht. Ich habe aber irgendeine Zahl eingetippt jetzt irgendwie. Du musst Slash vorne eingeben. Pass auf, und dann kommt so 8 Millionen Diamanten. Ja, das wäre heftig, hallo. We're stoned. Nein, und ich verhunger auch noch hier. Unglaublich. Was ist weg? Na, ich habe ja Essen mit, hallo. Du kommst übrigens nach Hause. Nein, ich habe unterwegs gepennt. Achso. Und dann wird wieder abgebaut. Ja, richtig. Das ist aber nicht gut, wenn ich am Spawn lande. Dann weiß ich gar nicht, wo ich meine Sachen habe. Merk dir doch mal deine Koordinaten. Nein. Nein, ich meinte, wenn du verreckst, dann. Ja, wenn ich verrecke, natürlich. Und dann lädt der Schank ja nicht, und dann kannst du sie wieder zurückfinden. Das mache ich natürlich. Und dir deine Sachen wieder ein. Oder du baust dir Kisten hin, und dann machst du das so. Könnte ich auch. Ja. Nein, ich werde mal gucken, irgendwo werde ich doch schon wieder nach, in irgendein Hause zu finden. Ja. Wenn du meinst, oh, schon wieder Diamanten, cool. Meine Güte. Geil. Findet der nur Diamantensauerei. Was für ein Glück gerade. Ja, und ich habe gerade ein super Pech. Hm. Schon bestimmt so. Ich habe nur noch fünf Sachen, glaube ich, waren das, oder? Weiß ich nicht. Nee, ich habe glaube ich sieben, ne, ich habe fünf, das weiß ich. Eins. Du musst glaube ich sieben haben. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs Sachen, die mir noch fehlen. Ich muss immer noch diesen dämlichen Clownfisch angeln. Ach jo. Da war ja was. Ja. Der gute alte Clownfisch. Ja. Soll ich den aufgeben? Der gute alte Clownfisch. Clownfisch. Und. Ach ja, dieser Flash. Ich glaube, das wird elendig. Ich glaube, ich sollte immer Obsidian farm. Ja, findest du? Damit ich mir in den Siné da reinkomme. Da findet man doch schneller. Hm. Ah, Gär Christian Rappel. Ich glaube, du findest gar nicht mehr zurück. Na, könntest auch recht haben. Ich weiß, dass ich irgendwo die anderen Koordinaten habe. Dann würde ich da wieder zum Anfang laufen. Kannst du nochmal neu anfangen? Na, auf jeden Fall. Alle 30 Ziele nochmal, ne? Denen Sie die ganzen 25, die ich momentan habe. Ja, klar. Auf jeden Fall. Doch, ja, doch. Ja, ja. Mach ich gerne. Ne, zumachen. Oder irgendwas kommt. Ja, da kam schon Zombie runtergefallen. Ziemlich ist es nicht so. Oh, hier ist ein... Nein, Hund. Hunde, nicht in die Lava rein. Ich warne dich. Hundi, fall in die Lava. Nein. Lass doch mal meinen Hund in Ruhe. Du mobsst mich, du quälst mich. Klar. Du willst nur, dass ich sterbe. Klar. Warum machst du das? Warum? Quäl mich nicht so. Einfach nur. Warum? Ich habe auch Gefühle. Du? Ungefühl? Ne. Glaube ich nicht. Oh, doch. Ne, ne. Doch, doch, doch. Ne, ne, ne. Doch, doch, doch. Was lachen wir eigentlich gerade nur für Müll, hallo? Ich weiß nicht, wir sagen doch, doch, doch und wir sind beide sowieso ein bisschen verpeilt. Das ist auch nichts Neues. Ja, merke ich auch gerade wieder. Wir haben zu lange nicht mehr aufgenommen. Ne. Also Spuck Challenge. 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 Spuck Challenge. Challenge. Haben wir zu lange nicht mehr aufgenommen. Ja, 19 Tage. Das ist, der Rest war immer so nach und nach. Ja, das andere haben wir immer nach und nach aufgenommen. Ja. Also Spuck Challenge. Na gut, wir hätten ja letzte Woche aufnehmen können, aber war auch nichts mehr. Nö, war zu spät. Wir hatten ja noch Folgen gehabt. Ja. Wir sind immer so Drückeberge auf den letzten Moment. Eigentlich wollten wir machen, aber dann wurde das zu, doch zu spät. Ja. Oder nach dem Motto, wir haben keinen Bock mehr. Ja. Kommt auch mal bei uns vor, hallo? Wir sind ja nicht Vollzeit-Youtuber. Ne YouTube-Money. Ach, man ist Vollzeit-Youtuber, kommt das mal vor. Wenn du keinen Bock hast, solltest du auch nicht aufnehmen, so ist das. Ja, wir hätten ja schon Bock gehabt, aber es war einfach nur zu spät. Aber wie gesagt, wenn du Lust hast, aufzunehmen, dann sollte man es auflassen, weil dann bringt das Spiel auch keinen Spaß. Toll, jetzt habe ich kein Schwert mehr. Doch. Merken, wie die das gucken. Nein. Wir können ja DP-LP nicht zur Runde machen oder so. Hallo. Meine Minecraft-Freunde. Ich glaube, da musst du mich höher stellen vom Sound her. Wenn ich der DP-LP bin. Du bist so, so DP-LP. Ach, ich bin gerade wirklich ein bisschen aggro. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Agro. Agro. Und bei der Ein-Aufnahme. Nachdem wir dich so aufgekläht haben. Ja. Oh. Mein Handy vibriert. Hm. Gemütlich. Cool. Wow. Wir haben noch vier Minuten. Ein Schnee-Biom. Lange nicht gesehen. Und ihr findet immer noch Katzen. Ja. Katzen und ein paar Kleinigkeiten. Eins, die du, wenn ich jetzt gleich in irgendein Haus komme, könnte ich schon fast schon erzielen. Hm. Ach ja. Also auf jeden Fall war da so ein Biom, aber ich glaube, das ist hier nicht mein... Das richtige Biom, wo ich hin muss. Nein. Oh Mann. Cool. Ich würde mich ja krass freuen, wenn es wäre. Aber ist, glaube ich, nicht so. Hör mich doch... Hör doch bitte auf, mich zu mobben. Riecht doch gar nicht. Ich lache drange. Kürbisse. Kürbisse. Die haben sehr viel Biss, die Kürbisse. Bisse. Buiin. 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 Ich bin ein Zombie. Was magst du? Buiin. Und die Disco-Endermänner sind wieder da. Ach komm, wir laufen weiter in eine Richtung. Monster in der Nähe. Cool. You can only sleep at night. Ja. Monster in hierbei. Ach, da bist du, du hessiges Misty. Hast du gerade in den Spiegel reingeguckt? Nein, ich habe dich gesehen. Na, hessiges Misty, wie gesagt. Ich dachte, du hast in den Spiegel reingeguckt. Das ist klar. Lalalalalala. Das machst du doch immer. Ey, was ist das denn für ein hessiges Misty? Hallo, sei bitte nett zu mir. Ja, ich war heute so sozial und habe wieder mit dir aufgenommen. Noch ganz, ganz gut zu dir. Nicht. Bringst du mir Kekse vorbei und Chicken Wings? Nö. Schade. Meine Chicken Wings. Ich muss ja wieder auf die Uhr gucken. Hi Zombie. Auf die Uhr, auf die Uhr, auf die Uhr. Ja, das ist der einzige Nachteil für dich dabei. Na egal. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Aber es gibt so viele, die das auch nicht hinkriegen. Ne. Da hast du auch recht. Ne, da haben wir keine Namen. Ne, ne, brauchen wir nicht. Ne. Hatte ich eigentlich Ender-Panel? Ich weiß das nicht. Für was? Endertruhe. Achso, die fehlt dir auch noch, ne? Ja. Ja, da sind zwei Stück. Bei Blacktots hatte ich ja noch... Ne Endertruhe wäre jetzt gar nicht schlecht. Könnte ich die Sachen reintun und mich einfach töten. Fuck. Enderpearl. Äh, ja, Enderpearl. Ich muss schon wieder pennen. Aha. Das ist unglaublich. Oh, ich hatte keine Obsidian mehr, ne? Ne. Das hattest du nicht. Komm, du... Ah, ja, ein. Wow. Cool, ne? Ey, das wäre auch noch... Ich habe sogar eine Enderpearl da. Und ich habe da hinten... Oh, weißt du, was ich mache? Hm. Wenn ich mich töte, spawne ich dann am Bett? Oder am Spawn, wenn ich mein Bett abgebaut habe? Am Spawn. Okay, dann mache ich das jetzt einfach. Also finde ich doch schnell da nach Hause. Zeige ich doch. Ja, ich mache mir jetzt aber erst mal noch eine Endertruhe. Mach das. Hast du auch Blaze Powder dabei? Für was? Für Enderaugen. Nein! Verdammt. Ich habe nur eine Enderpearl. Ich dachte, das geht mir eine Enderpearl. Nein. Aber wir müssen die Folge beenden, leider. Ja? Oh, cool. Ja. Dann würde ich mir sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und jo, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.